herr leute und willkommen zu der kleinen überraschung und zwar handelt es sich dabei um ein kleines rpg beziehungsweise eine demo die ich jetzt fertig gestellt habe mit dem rpg maker an der ich die letzten tage relativ viel gearbeitet habe gearbeitet und würde die euch gerne zur verfügung stellen dass ihr da mal so ein bisschen rumtestet und rumprobiert man kann schon einiges im spiel machen es hat vorsicht ganz ganz leichte sehr leichte anleihen an dark souls zumindest ist es nicht so einfach und ich hoffe auch nicht zu schwer aber man soll sich schon so ein bisschen durch fuchsen oder rein fuchsen im spiel und auch durch kämpfen dass man nach und nach halt bessere ausrüstung sammelt die dann auch aufwerten kann zum beispiel auch das mit den heiltränken mit den estus flakons so in der art habe ich das auch übernommen dass man eine gewisse anzahl an estus oder an heiltränken hat die auch später verbessern kann und aufwerten kann das kann in zwei verschiedene richtungen gehen oder mit verschiedenen waffen die man dann upgraden kann und später noch andere sachen zukommende feuerwaffe draus macht und so weiter und so fort halt alles in diesen kleinen rpg maker versucht rein zu quetschen und das meiste davon was ich mir so vorgenommen habe läuft zumindest erst mal relativ stabil meistens und solche sachen wie zum beispiel das hauptmenü ist überhaupt nicht final das ist bloß ein platzhalter und das sind auch noch etliche andere platzhalter im spiel vorhanden das meiste davon kriegt ihr gar nicht mit aber zum beispiel das hauptmenü wundert euch nicht das ist bloß ganz simpel da gibt es keine menümusik oder so jedenfalls ich habe es jetzt selber nachdem ich soweit erst mal fertig hatte wie ich das gern wollte noch mal durchgespielt müsste funktionieren wenn man sich zeit lässt weiß nicht so ein stündchen vielleicht kann man kann man damit schon mal verbringen oder ja anderthalb höchstens würde ich jetzt mal sagen man kann halt im spiel so in der demo die ich euch da jetzt mal bereitstelle wenn man das möchte ein paar waffen auf alle fälle upgraden kommt halt darauf an wie lange man bock hat die materialien dafür zu sammeln denn die muss man auch suchen bekommt man von verschiedenen gegnern man kann auch ein skill habe ich bisher im spiel mit reingebracht neben den normalen angriffen da soll natürlich später noch dazu kommen aber dass das erstmal testweise einer mit drin und solche sachen muss man zum beispiel irgendwo finden im spiel bekommt man also man levelt nicht auf normale oder herkömmliche art und weise man erschlägt halt nicht zehn monster die irgendwie 15 xp geben und dann hast du irgendwann neues level nein ihr startet mit level 1 dabei bleibt auch eigentlich wollte ich die level muss ich mal noch komplett entfernen dass es halt gar keine level anzeige mehr gibt aber nicht wundern ihr seid mit level 1 die ganze zeit unterwegs und könnt halt euren charakter nur durch ausrüstung upgraden und durch investieren eurer lernpunkte die ihr bekommt wenn ihr gegner erschlagen habt vielleicht einfache gegner gibt es zum beispiel bloß einen lernpunkt für stärkere können es dann zwei drei fünf zehn lernpunkte geben bei einem boss halt ein bisschen mehr als bei diesem bei den ganz kleinen einfachen gegnern auf die er am anfang stößt und die können halt investiert werden in verschiedene sachen was das ist könnt ihr im spiel gerne rausfinden es wird wird ein kleines bisschen erklärt gerade am anfang wenn ihr euch dann mal die sachen alles so anguckt was es da gibt in eurem lager das wird dann auch alles größtenteils erklärt ein paar sachen nicht die muss man halt so rausfinden und ein kleines quest log gibt es auch schon da sind aber auch bloß ein paar platzhalter mission drin die könnt ihr von mir aus gerne machen aber bloß die ersten zwei geben einen kleinen gegenstand als belohnung ich empfehle euch macht auf alle fälle die erste aufgabe da geht es halt bloß darum eine gewisse anzahl an monstern zu erschlagen um einfach das quest system zu testen das sind alles bloß erschlagen so und so viele gegner missionen am anfang die haben keine spielrelevanz überhaupt nicht das ist nur optional hauptsächlich geht es halt darum euren charakter von null auf aufzuwerten durch ausrüstung durch die ausgabe von lernpunkten in gewisser art und weise für euren charakter um den dann halt voranzubringen um halt so nach und nach stärker zu werden und irgendwann natürlich die größeren gegner beziehungsweise dann sogar die bosse legen zu können ich habe das alles mal zusammen gepackt und in ein radokument reingestopft das ist so knapp 612 mb groß ja ich denke das sollte machbar sein es ist zwar jetzt ein bisschen sehr viel weil da auch viele dateien drin sind die noch gar nicht verwendet werden aber später halt verwendung finden ich hatte keine lust die jetzt noch mal alle raus zu friemeln ja dann würde ich sagen wünsche ich wünsche ich euch einfach mal viel spaß damit ihr müsstet das raddokument einfach bloß entpacken dann in dem ordner der ordner heißt dann wie das raddokument alp rpg das ist auch bloß ein platzhalter ich habe überhaupt keinen namen dafür wenn es denn mal mehr werden sollte mit dem kleinen spielchen dann ja wie gesagt es gibt keinen namen dafür einfach in den entpackten ordnung gehen und dort gibt es die exe namens game da einfach draufklicken und dann sollte das spiel starten ihr könnt in den optionen wenn ihr im spiel drin seid könnt ihr auch die einstellung für die tastatur ändern standardmäßig ist es so dass ihr mit den pfeiltasten und mit der taste enter alles macht also enter ist in dem fall dann einfach alles aktivieren oder ansprechen und die pfeiltasten halt für die bewegung die option für das keyboard nennt sich das dann da könnt ihr halt einstellen da müsst ihr selber dann ganz unten irgendwo einstellen dass ihr wasd dafür benutzt um nach oben links rechts unten zu gehen oder halt die leertaste um sachen zu aktivieren könnte machen wie ihr wollt muss halt erstmal eingestellt werden ja dann viel spaß damit und danke für die aufmerksamkeit bin auf eure kommentare gespannt